Musik Hallo ihr Lieben, ja unsere Reise beginnt. Heute ist der 15. September und wir sind jetzt hier schon auf dem Flughafen angekommen. Wir haben zu Hause alles vorbereitet, abgeschlossen, hinter uns gelassen und jetzt sind wir hier auf dem Flughafen, war auch eine Reise, wir mussten erstmal mit dem Zug hierher und die Koffer sind aber mit dem Auto gekommen und ja jetzt ist Roman gerade hier am Gate, am Terminal und er tut die Koffer einchecken, wir müssen jetzt auch gleich ran an die Anmeldung, um die großen Koffer alle abzugeben. Das ganze Handgepäck müssen wir noch jetzt so mit uns mitschleppen, das ist auch nicht wenig, das steht hier alles noch rum. Und der kleine Koffer auch. Das hier alles, das alles, das alles, ja und Benni kommt hier an, genau, Benni ist ganz aufgedreht heute, der merkt, dass heute was los ist, ja, dass heute ein besonderer Tag ist. Ja, Jana, Aufregung? Ja, es geht. Es geht, ja. Ich bin auch irgendwie ganz entspannt und ganz ruhig. Es läuft alles nach Plan. Hallo. Ja. Hallo, Romy. Also es geht los. Gleich zeige ich euch wohin. So, wir sind jetzt schon durch die Personenkontrolle durch. Sind jetzt schon direkt an unserem Gate angekommen und das Flugzeug steht auch schon bereit. Da hinten steht es, das Blaue, seht ihr es? Man sieht nur den Flügel hinten, den Schwanz sieht man da hinten. Ja, wir sind jetzt hier, haben die Taschen alle hier abgestellt. Sarah passt auf auf die Taschen. So viel Handgepäck haben wir dabei. Aber der Flug, also die ganze Vorbereitung des Flugs lief so gesegnet ab. Es lief alles wunderbar. Roman war perfekt vorbereitet. Er hat alle Papiere, die wir brauchten, vorbereitet. Ja, Benni sitzt hier im Wagen drin. Den haben wir festgeschnallt, damit er uns nicht wegläuft. Ja? Die ganzen Taschen drumherum festgeschnallt. Ja, ja, du willst nicht sitzen. Komm, wir fahren weiter. Wir fahren weiter. So. Hast du schon was getrunken? Nein. Hat Papa was gekauft? Ja, aber nur eine Flasche. Ja, gleich gucken wir noch, ob wir noch was finden. Ja? Na, Roman, wie fühlst du dich? Aufregung erstmal vorbei. Ja. Wer nach... Oh, jetzt habe ich es fast verraten. Wer nach Punkt, Punkt, Punkt fliegen möchte, der kann Roman fragen, der kennt sich perfekt aus. Er hat alle Papiere perfekt vorbereitet. Sie haben ihn sogar gelöst am Schalter, dass er so gut vorbereitet ist. Ja, ja, wir fahren weiter. Ja, ja, wir fahren weiter. Heute hat unser Zielort und unsere neue Heimat. Und das Umsteigen war ganz schön anstrengend. Wir haben nicht viel Zeit gehabt, nur eineinhalb Stunden. und ich hoffe, ihr versteht mich. Und jetzt sitzen wir im Flieger drin. Und ich bin froh, dass wir jetzt in die Nacht hineinfliegen und dass die Kleinen schlafen. Und ja, ich kann hoffentlich auch mal noch ein Auge zumachen, ein bisschen zur Ruhe kommen. Wir fliegen jetzt fast elf Stunden lang, bis wir am Zielort ankommen. Gott hat bis jetzt alles schön geführt und gesegnet und ich bin ihm dafür sehr dankbar. Jetzt geht es erstmal auf, das Flugzeug startet. So, wir sind jetzt angekommen an unserem Zielort, haben jetzt versucht, alle Koffer zusammen zu sammeln. Hier seht ihr, da ist ein Wagen voll mit Koffern. Hier ist ein Wagen voll mit Koffern hinter mir. Hier sind die ganzen Handgepäcksachen. Und leider vermissen wir noch einen Koffer. Wir sind jetzt ganz dringlich am Suchen nach dem einen Koffer. Roman ist jetzt gerade da bei der Meldestelle, wo man die vermissten Sachen meldet. Ich hoffe, dass sich dieser Koffer noch findet. Ansonsten bleibt Romy ohne Klamotten. Und das ist Romys Koffer. Und da sind auch einige wichtige Sachen auch drin, die wir in den Koffer hinein gepackt haben. Und gerade der fehlt jetzt, das ist so schade jetzt. Ja, wir beten, dass Gott noch diesen Koffer finden lässt. Ansonsten sind wir dankbar, dass der Flug so gut gelaufen ist. Die Kinder haben die ganze Zeit, also den größten Teil des Fluges geschlafen. Die Kleinen, die Größeren waren doch schon ein bisschen mehr wach. Jetzt sind sie total aufgedreht und laufen hier die ganze Zeit um Karls herum. Auf dem leeren Kofferband. Ja, solange Roman jetzt den einen Koffer noch sucht. Ja, ich bin froh, dass wir den Flug jetzt erstmal hinter uns haben. Jetzt geht es weiter mit dem Taxi und mit dem Bus zu unserem neuen Haus. Ja, aber jetzt möchte ich euch erstmal verraten, wohin wir gelandet sind. Könnt ihr es erkennen? Da hinten steht Roman. Ja. Wir sind nach Paraguay geflogen. Einige von euch haben es ja schon geraten, nochmal die Maske kurz runter, dass wir nach Paraguay gehen. Ja, das ist unsere neue Heimat, Paraguay. Interessante Geschichte, die dahinter steht, wie wir hierher gekommen sind und auf dieses Land gekommen sind. Erzähle ich euch noch, wenn wir Zeit haben, ein bisschen mehr Zeit haben. Aber jetzt wisst ihr erstmal, wohin wir geflogen sind, wo wir gelandet sind und wo unser neues Zuhause sein wird. Ich weiß, dass ganz viele von euch auch schon hier auf dem Weg sind oder sich schon auf dem Weg hierher gemacht haben oder noch hierher wollen. Also es wird interessant, wenn ich mal den ein oder anderen hier wieder treffen werde. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Ja, der letzte Koffer wurde gefunden. Allerdings nicht in unserem Flugzeug, sondern in einem anderen Flugzeug. Der kommt dann eine Woche später nach. Jetzt sind wir hier draußen am Flughafen. Wir wurden von Taxis abgeholt. Die ganzen Koffer sind schon eingeladen und die bringen uns jetzt zur Busstation. Die Taxis und von dort aus fahren wir dann mit dem Bus weiter zu unserem neuen Zuhause in Hohenau. Der Ort heißt Hohenau, wo wir wohnen werden, wo unser Zuhause ist. Und dann ist er in die andere Richtung, nach Zag war der Aus und dann rechts. Und als er weg war, habe ich ihn nicht mehr gesehen. So, wir sind jetzt hier an dem Busbahnhof angekommen. Die Koffer wurden uns ganz netterweise von zwei Wagenschiebern, oder wie nennt man das, gebracht. Das ist Michael, unser Helfer in der Not. Da ist er. Okay. Er hat uns vom Flughafen abgeholt und sein Papa ist unser Einwanderungshelfer, ja? Ja. Genau, richtig. Ja. Er hilft uns jetzt hier. Er hat uns für uns die Bustickets besorgt und fährt mit uns jetzt nach Hause zu unserem Wohnort. Und wir sind ganz froh, dass er uns hier begleitet, denn wir wären hier alleine ein bisschen aufgeschmissen. Dadurch, dass wir die Sprache noch nicht gut können und die Kultur und so weiter hier noch nicht so ganz verstehen, sind wir ganz froh, dass jemand hier bei uns ist, der uns jetzt erst mal begleitet am Anfang. Wir warten jetzt noch auf den Bus, der fährt jetzt in eineinhalb Stunden ungefähr. Die Kinder sind hungrig, die haben ja noch nichts gefrühstückt. Wir haben jetzt hier ein bisschen was gekauft und zwar sind das hier solche Kreise, Kringel, wie nennt man die? Cipas. 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 Also Michael hat gesagt, die nennt man Cipas. Das sind Käsebrötchen in paraguayischer Art, kann man sagen. Ja, schmecken ganz lecker. Also für die Kinder war es ein bisschen zu hart, die sind so diese weichen Milchbrötchen gewöhnt, aber ich esse es ganz gerne, Roman gefällt es auch gut und ja, den Hunger hat es gestillt. Gut, ich zeig euch dann weiter, wie es weitergeht, wenn wir in den Bus einsteigen. So, jetzt kommt unser Bus an. Mit dem Bus fahren wir jetzt nach Hohenau. Das soll ein ganz schöner, bequemer Bus sein, mit dem uns noch alle unsere Koffer ohne Probleme reinpassen. Und damit geht es jetzt nochmal sieben Stunden nach Hohenau. Wasser inklusive und Flüssigkeiten sollen auch inklusive sein. Wie ist es jetzt? Unverfolger der Tickets. Auf jeden Fall geht es jetzt los. Ja, ich freue mich auf die Fahrt, es wird bestimmt ganz entspannt. Und dann können wir auch ganz entspannt die sieben Stunden jetzt noch verbringen, die noch geblieben sind bis zum Zielort. Und es gibt eine Flasche Wasser mit Süßigkeiten geschenkt. Jetzt sind wir im Bus drin und ich zeige euch, wie der Bus von innen aussieht. So ganz luxuriös, ganz bequem. Wir haben hier ein super weicher, breiter Sessel. Also ich habe in Deutschland nicht so einen schönen Reisenbus erlebt wie hier. Jeder hat seinen eigenen Platz. Roman und Michael da hinten. Die Kinder hier vorne. Romy, schön hier. Hallo. Hallo. Sarah, schön bequem? Mhm. Ihr habt auch Platz gefunden? Ich kann die Flasche wegen meiner Blase nicht aussehen. Richtig schön bequem hier, ne? Ja. Jetzt kann man einschlafen. So kann man sieben Stunden fahren ohne Probleme. Los geht's? Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's, Benni? Ich habe nur noch eine Frage für dich. Ähm. Welche Frage? Gibt's hier auch irgendwelche Tickets? Lauter müsste, lauter. Gibt's hier auch irgendwelche Tickets haben wollen wir beim Zug? Wie bei der Deutschen Bahn? Geschenke? Ich glaube hier gibt's sowas nicht. Du hast ja Süßigkeiten und Wasser geschenkt bekommen. Ja, geschenkt. Das ist nicht gleich, dass wir untergefallen. Hast du dafür ganz viele gekriegt? Ja. Wir haben jetzt eine siebenstündige Fahrt hinter uns. Oh. Es ist doch anstrengend, nach so einem langen Flug noch so lange Bus zu fahren. Gut, dass es so bequem war. Benni hat die ganze Zeit nicht geschlafen. Er war die ganze Zeit noch. Jetzt zum Ende, wo wir aufsteigen müssen, ist er eingeschlafen hier in meinem Arm. Die Großen haben die ganze Fahrt durchgeschlafen. Die sind ungefähr nach einer halben bis einer Stunde eingeschlafen und haben die ganze Fahrt durchgeschlafen. Also die sind jetzt ausgeschlafen. Hier beginnt jetzt gerade die Nacht und die haben sich ausgeschlafen. Na ja, das ist der Jetlag. Die brauchen jetzt erstmal ein paar Tage, bis sie da wieder im richtigen Rhythmus sind. Wir werden jetzt hier am Busbahnhof oder beziehungsweise an der Bushaltestelle von unserem Einwanderungshelfer begrüßt. Die bringen uns dann nach Hause zu unserem Haus. Da haben wir schon ein Haus angemietet. Da haben uns unsere Freunde geholfen, die schon hier in Paraguay sind, dieses Haus dann zu finden und zu mieten. Es ist immer besser, es direkt aus Paraguay auszumieten. Das ist günstiger, als wenn man das über Deutschland ausmietet. Ja, und da haben wir das Glück gehabt, dass sie schon hier sind und uns geholfen haben, das Haus zu mieten. Ja, wir fahren jetzt direkt ins Haus, werden dort alle Koffer abstellen. Und dann gehen wir zu unseren Freunden, die begrüßen uns mit Abendessen. Ja, wir werden dann dort zusammen essen und danach gehen wir wahrscheinlich schlafen. Und ich bin so müde, ich habe im Flugzeug kaum geschlafen und jetzt hier im Bus nicht geschlafen. Also mir fehlt eine ganze Nacht Schlaf. Ich würde mich am liebsten hinlegen. Ja, ich werde euch jetzt noch ein bisschen weiter mitnehmen, so gut es geht. Wie gesagt, wir steigen jetzt jede Minute aus und dann treffen wir auf unseren Einwanderungshelfer. Das sind auch ganz, ganz liebe Leute, auch Christen, die uns schon so viel geholfen haben. Und ja, sie werden jetzt auch erstmal die erste Zeit für uns da sein und werden uns helfen. Und ja, uns zur Seite stehen mit Rat und Tat. Oh, ihr Lieben, wir sind jetzt in unserem neuen Zuhause angekommen. Wir wurden ganz, ganz lieb begrüßt von unseren Freunden mit Essen, mit Begrüßungskomitee vor der Haustür. Ja, es war ganz, ganz lieb. Man hat sich gleich so herzlich aufgenommen gefühlt und bin so dankbar dafür, dass wir hier nicht ins Leere angekommen sind, sondern dass liebe Menschen uns begrüßt haben und uns aufgenommen haben und herzlich willkommen geheißen haben. Jetzt sind wir hier im Haus. Das Haus ist erstmal übergangsweise unser neues Zuhause. Und ich zeige euch so ein bisschen, wie es aussieht. Also man sieht noch nicht viel, die Räume sind alle leer. Ja, wir haben jetzt, ja, ich helfe dir gleich, mein Schatz. Hier in dem Zimmer haben wir schon eine Luftmatratze aufgeblasen bekommen. Da steht Benni jetzt hier. Und ich und schlafen, Alter. Und hier haben wir erstmal übergangsweise drei Matratzen auf den Boden bekommen. Und ja, das reicht jetzt erstmal zum Schlafen und dann werden wir morgen gucken, was wir weitermachen und wie wir alles hier einrichten werden. Hier ist das Bad. Und ja, hier ist noch ein Zimmer. Ach, jetzt kenne ich den Abend. Die Kinder sind müde. Das ist alles für den Übergang ganz gut und ausreichend. Hier ist noch so ein Terraschenzimmer, Garage, Terraschenzimmer, Tisch. Hier ist ein Essbereich. Da ist die Küche. Ganz einfach und provisorisch eingerichtet. Das reicht fürs Erste, ja. Und dann werden wir jetzt die Tage uns alles ein bisschen einrichten und lebensfähig gestalten, ja, Kinder? Aber jetzt geht's ins Bett. Ich bin fix und fertig. Ich bin nur noch schlafen. Weiß ich nicht, werden wir gleich gucken. Gut, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen in diesem Blog. Und ich hoffe, ihr hattet Freude dabei zuzusehen. Es war spannend und aufregend, nicht nur für euch, sondern auch ganz besonders für uns. Ja, wir sehen uns im nächsten Blog, wenn es weitergeht, wenn wir hier ein bisschen was einrichten und dann werden wir euch überall mitnehmen, zeigen, wo wir hier was bekommen können, was einkaufen können. Morgen früh werden wir gleich mal ins Geschäft gehen und ein bisschen was an Lebensmitteln einkaufen und das Wichtigste, was man sonst noch braucht. Ja, da nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Okay, dann gute Nacht und bis morgen. Und dann sehen wir uns wieder mal. Vielen Dank.